Lopper manchmal. Ahhhh... So... Juuu... Huch! Das ist Beutegeld! Und darum geht es hier! In diesem Modus kämpfen die Teams darum als erstes... Hey, das habe ich gestern mit, äh... Destroyer und Super-Geretzern die ganze Zeit gekauft! An Geld kommt man auf viele Arten! Die sicherste ist das Finden und Plündern von Vorrats-Geretzern. Kisten in Gebäuden überall auf der Karte. Wenn du erster Platz bist, bist du gefickt, Alter! Aufträge sind optionale Mini-Missionen auf der Karte. Halte nach gelben Auftragssymbolen Ausschau. Befolge dann die Anweisungen für eine Bezahlung. Beim Tod verliert ein Spieler den Großteil deines Geldes. Höchst riskant, aber lohnenswert ist es, den Spieler mit dem meisten Geld zu töten. Diese hochrangigen Ziele werden auf der Karte speziell markiert. Aber denk dran! Wenn du stirbst, verlierst du auch Geld! Du kannst dein Geld über Transport-Heli-Pads sichern! Ah, okay! Fordere dort einen Heli an und belade ihn mit deinem Geld! Unter Beschütze, klar! Ja! Das würde jeder zu bekämpfen! 100% scheinbar! Das Pop-Ballons sind auch eine Variante um Geld zu sichern! Sie können in Vorratskisten gefunden oder von auf der Karte verteilten Vorratsstationen erborgen werden! Das sind die Grundlagen von Beutegeld! Und jetzt schnapp dir die Kohle! Check! Machen wir! Call of Duty! Warzone! Let's go! Yo! Hier mit dem meisten Geld! Äh, zu dem Ballon noch, äh, da kann man halt sein Geld, äh, einzahlen und... Das geht halt dann über wie Punkte halt! Ja, das hab ich gerade gehört! Das hab ich gerade gehört! Ja! Ich schau mir, äh... Ich schau mir bei den Trollerns genau zu! Also, ich muss mal nen Award-Zug-Klasse irgendwann mal machen! Hahaha! Ja, lass die Zeit! Ach, glaub' wir mal, die Holger wird's ja gut, äh... Mhm, Holger ist echt gut! Wenn du die, ähm... echt hochgelevelt hast und fast alles hast, ist die OP! Ja, das ist ja endlich bei mir die Holger! Ich hab' aber die von Season, äh, äh, von Season 1 aus dem Battle Pass, die Goldene Holger! Wow! Aber, äh, muss jetzt lustig werden! Denk' ich mir mal... Let's go, Ladies und Gentlemen! Und da, am Anfang kriegst du halt deine Standard-Klasse, was so ausgewählt hast! Alles klar! Ja! Hmhm! Hmhm! Geht schon los! Ah, ne, doch noch nicht! Ach! Ach! Hochschöpf'n, AK! Ich hab' ihn gar nicht ausgewählt! Oh, der Team wird von uns! Oh, ich hab' gedacht, das ist gut! Was war genug vorgeplänkelt! Jetzt wird das ernst! Ist aber immer noch sehr am lecken! Keine Ahnung! Ach! 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 Hab' den Kopf her! Ach' den Kopf her! Ach' den Kopf! So, bis dann! Ach man hat schon ne Waffe, ist gut, ja ja, warte mal, bin gestern so doof gestorben, warum, ich hab nicht oft gemacht Ah, ich nehm lieber ein Herzschlagssensor, soll ich lieber Stints mitnehmen oder ein Herzschlagssensor? Meiner Meinung nach braucht man nicht, kann ich Stints, weil du bist so hoch Ja, Herzschlagssensor, ist dann besser Kannst auch in 100% rein mit mir Oh so, es hilft, selbstwiederbelebung, wenn du nicht gefinished wirst Ich hab auch mal für uns Jo Ich hab jetzt die Oh, keine Ahnung, ich hab das, was ich hier drauf Ach so, ähm Hab ein paar Primärgranaten Okay, bei uns ist keiner in der Nähe Na Halt Dort vorne So, habt ihr alles hier gelootet, wollen wir weiter? Ja Erstmal, hier ist noch ne Kiste Jo Center untertruckt, hm Hier ist noch ne Kiste irgendwo aus anderem Achtung, Drohentreibstoff ist knapp, drückter Basis zum Nachtanken Äh, wo sind die Kisten? Kannst du gucken Nein, ich fühlst das hier alles Boah, hier Hier ist dein Sturmgewege Wie Erwicht, oder? Aber die Halle, da du ich nicht weg Ich hab die Sniper gewonnen Welche, ich hab die, welches ist das? Äh, die auch kapisch, okay Das ist Wo ist denn hier eine Kiste? Guck mal, können wir uns das Geld wegprägen? Äh, da muss man zum Shop Da muss man zum Shop Äh, da muss man Ballon Bei mir Willst du auch markieren in den Shop, bitte? Äh, ich hol schon mal einen Ballon Ja, siehst du mich? Ja, da drüben Jetzt kannst du dein Geld einzahlen Mehr als 105, äh 153 rein So, hab ich Jo Go, let's go Was ist denn da los? Und wie ist das los? Ja, ja Ah, jetzt So, was passiert jetzt mit dem Geld, das musst du mir erklären, weil das kennst man nicht Scheiße, siehst du ja unten, wir haben jetzt insgesamt 130 188er 183 K Und wir müssen das halt so machen, wie immer, die gerade mit dem Ballon Das wir eine Million haben Und dann kommt eine Ex-Bonus-Runde Ja Und dann müssen wir halt Hetzen Okay Das ist über uns Ich stelle mal ganz kurz hier Vorne ist ein Gegner Irgendwo Äh, dort vorne Ja, hier, wo ich gerade gucke Das freu mich Kontakt! Ich hab ihn angehittet Ja Okay, da drüben ist der, warte Ich hab ihn gesehen, der hat auch einen Sniper Okay Das hinten bei, da sind sie Ja, auf dem Dach, dort Wo? Da? Ja Ja Da kommt ein Helikopter Von Gott ist ein Rad Böse und ein Sniper ja das wird aus da kann man tun er wurde er hat noch hier an hier äh der hat ihn z jetzt schließen hey hast du das Video von Henne mal gesehen? du willst zum ersten Mal äh keine Werbung für dich für einen YouTuber machen, dankeschön ach so sorry 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 feindliche Drohne über uns oh shit von wo von wo von wo ähm von warte warte in die Richtung da hat er da lang nicht da hat er so gesagt zum da kommt sie oh oh ähm bei mir sind zwei bei mir sind zwei ja 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 der Weg ist nicht so die beste irgendwie hm brauchst du Hilfe? ja ja ok ich muss jetzt bloß gucken wie mein in mein Zettblatt inschein hast du Waffe noch gehört was hier hat er das meiste Geld irgendwo oh 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 fuck mega was sagt der von Ah, ich hab alle Daumen jetzt, aber ich bin schon wieder daumen. Ja, ich auch. Okay, das ist normale Wurzeln besser, ich finde. Das ist bewohnungsbedürftig. Ja, aber richtig. Ja. Kleine Junge auf dem Dach, Mann. Jo, ich komm. Warte mal, tschau, scheiße, Mann, der ist nicht perfekt. Was? Oh, der ist schon wieder da geladen worden. Verdammt, zuhine. Ich bin hier irgendwie so. Ja. Oh, da ist noch ne ähm... Kiste. Na. Ich hörte... Ich stehe so. Also, ich glaube mal... Das kann lange dauern. Wie lange geht das, die Runde? Ich glaub mal, schon. Auf jeden Fall schon bisschen länger. Aber wir sind nicht mal eingerankt. Ich schaue mal noch, dass man die erste Runde einsteigt. Und ich bin jetzt das, der Modus. Hast du eingezahlt, oder was? Nee, nee. Nee, nee. Ich nehm nicht. Oh. Okay, wo dann herkommt... Äh, der ist... Unser Team hier. Tut grad. Schön, Auto. Wo, 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 wo? Konkass euch. Ich hab einen Kill jetzt erst mal. Scheiße. Scheiße. Ja, warum wir als Team zusammen sind. Das sind die Problemsten alle, wo wir in der Weltgeschichte rumrennen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich hab zwei Kill-Sätze. In der Fall. Easy. Ja, okay, der kam da oben. Mit einem LNG also. Jetzt wo oben? Äh, bei... Wo wir gestorben sind hinter uns auf dem... Ich bin komplett woanders. Na. Ja, das sind so viele. Ich bin hier gerade damit. Ah, der. Ja, aber wir auch alle holen können. Ja, das ist so viele. Das sind Sucht ist das Taktik. Das Spiel. Na. Ah, der. Guck mal hier. Oh, ich ne Kiste irgendwo. Oh, Schweingart. Sind bei die welche? Oh, ne Klemor. Ich bin gerade bei der Klemor vorbeigerutscht. Oh, lol. Okay. Warte mal zum Mund. Alter, das Gebiet ist so... In den Teilen kann man so leicht campen. Ist die Kiste... Ach, hier oben ist die Kiste. Ah, hier. Wenn es einer braucht hier die Sachen. Oh, lol. Es gibt's Granatwerfen in diesem Spiel. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Warte mal, ist das schon mal mitnehmen? Ich muss mal angucken. Ey, guck mal her. Guck das Ding mal an. Moment. Warte mal, ich markier's mal für den Typen. Ich will das markieren. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ah, ich hab drei... Ey. Ich hab zwei Kills auch eigentlich gemacht. Sieht geil aus, ey? Ja. Warte mal. So, mal gucken. So, mal gucken. Ich muss mal gucken, wo hier die Gegner sind. Zweiter Mal. Ich guck mal nach hier hinten. Warte mal. Da ist einer. Wo ist das die Markierung von mir? Warte mal, hier ist eine Kiste. Ja, bei mir auch. Ich würde dann sagen, mal zum Show. Sorry. Zum Shop. Ähm, ich hab Geld wieder. Hier. So. Ja, ist ein Auto Summer zum Shop. Weil unser Geld, äh... Nein. Ich bin hinter dir. Ja. Gut, ich hab zwei Waffen. Ich muss wirklich meine... Oh Gott. Ich muss wirklich meine Waffe für diesen Modus machen. Trämen. Warte mal, hier ist eine Kiste. Warte ganz kurz. Jo. Warte, ich hör schon mal den Wagen. Ja, warte, ich hab gerade die Kiste. Oder auch hier kommen wir doch. Das ist besser ein Sniper. Ja, ne? Eigentlich ist das Sniper sehr gut. Aua, ich muss Sniper lernen. Huh. So, wo bist du? Ja, ich tue den Heli gerade. Da ist ein Heli gerade. Da ist ein Heli gerade. Okay. Gut. Aber wir müssen uns mal aufpassen. Guck mal ganz kurz. Ja, ich darf nicht sagen. Ja, der zieht mir genau. Da haben wir schon alles angezahlt? Ja, ich hab alles. Ich auch. Hoffentlich. Vielleicht kann ich nicht mehr. Und, wir hätten rücken der Balken muss voll sein? Ja. Okay. Einfach nur Geld sammeln, ein paar Leute kürzen, von denen das Geld einsammeln, das war's. Ja. Ja, ich muss mal ein paar mal rein. Ich weiß schon, ich hab auch keiner. Der Feind nähert sich. Okay, hier kommt ein Feind gleich. Hier ist eine Kiste irgendwo im Haus. Wo ich bin, im Krankenhaus. Na, ich bin bei dir. Okay, ich bin. jetzt noch nicht noch einer also schon wie es als wiederbelebung jetzt hat es ich habe es nicht wieder kommt der auf einmal her das war der Gegner und ich hab doch von uns geguckt an der Tür Ach, da war es hier oben, guck mal. Mhm, ich glaube, das ist er wieder. Du hast mich gerade erschrocken. Du hast mich gerade so, ähm. Okay. Der Sili ist da. Geht's denn zum Platz? Geil, easy. Haha. Haha.